Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid. Heute habe ich euch wieder zwei Telefongespräche mitgebracht. Beide, die betrügerischer nicht laufen könnten. Man kennt es leider nicht anders von den Betrügern. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen beiden neuen Telefonaten. Ja? Was denn? Hallo, schönen guten Tag, Herr Steinfelger, ja? Diana Stark ist am Apparat und ich grüße Sie. Wie geht es Ihnen heute? Alles in Ordnung? Warum wollen Sie das wissen? Ich rufe Sie auf von einer Anlage, weil das ist eine nette Frage. Ich habe Ihnen gefragt, wie geht es Ihnen heute? Das ist nicht etwas Schlimmste, ich denke. Na, ist ja wieder sehr vertrauenswürdig, was wir hier am Telefon haben. Er ruft eine völlig fremde, ja, nicht besonders nette Dame an, stellt sich gar nicht richtig vor, sagt ihren Firmennamen nicht, außer dass sie von einer Anlagefirma anruft. Oder nicht mal Firma, sondern einfach, sie ruft nur von einer Anlage an. Sehr interessant. Also, dass es sich hierbei wieder nur um irgendeinen unseriösen Blödsinn handeln kann, ich glaube, das ist hier schon wieder klar. Auch ständig diese Frage nach dem, wie es einem geht, dient einfach nur zur Gesprächseröffnung, aber nicht irgendwie dazu, das Gespräch sinnvoll auszugestalten. Sie rufen an von einer Anlage und fragen mich, wie es mir geht. Ja, ich rufe Sie an von einer Anlageberatungsfirma und ich würde gerne mit Ihnen die neue Gelegenheit und die neue Bewegung, das hat schon passiert mit Finanzmarkt, Ihnen zu erklären. Sind Sie schon vertraut mit diesem Thema, ja? Ich weiß ja nicht mal, welches Thema? Mit Finanzmarkt, Onlinehandel. Ja, es geht über Kryptos, Bitcoin, Gold, Palladium und so weiter. Haben Sie schon probiert, Onlineprofite zu generieren mit diesen Instrumenten vielleicht? Ich wüsste jetzt nicht, warum ich diese Information mit Ihnen teilen sollte. Wir werden Ihnen zu erklären, was hat schon passiert mit Finanzmarkt, mit Amazoner. Sie wissen, was ist Amazoner, ja? Ja, Amazoner ist das ein Plus, ja? Ja, Amazoner, jetzt, ja, Stock von Amazoner sind in zwei Teile geteilt. Das heißt, Sie können den Stock von Amazoner mehr billig zu kaufen. Aber die Werte sind die gleiche. Und wir werden Ihnen zu erklären, wie können Sie das machen, ganz gut in die richtige Welt. Aber, Herr Steinfeger, haben Sie schon probiert, bis jetzt, ich habe Ihnen gefragt, Onlineprofite zu generieren, oder Sie haben niemals probiert? Darauf habe ich Ihnen doch jetzt bereits schon eine Antwort gegeben, oder nicht? Ich habe gesagt, das kennt Ihnen nichts an. Ja, ja, natürlich, natürlich, ich mache das, aber ich mache das nicht alleine, weil ich rufe Sie als Signalgeber. Unsere Finanzen-Expertin, unsere ECM-Broker werden Ihnen zu erklären, Schritt für Schritt, warum es geht, okay? So gut, wie brauche ich das? Sie brauchen, oder Sie brauchen nicht, ich weiß es nicht, aber natürlich, Sie brauchen das. Herr Steinfeger. Welche Mann braucht nicht, Onlineprofite zu generieren, Herr Steinfeger, was sagen Sie? Und wenn, dann gibt diese Gelegenheit, diese gute Gelegenheit mit dem Stock von Amazoner, wieso nicht? Wieso probieren Sie nicht, etwas Neues zu machen? Ja, warum sollte ich denn? Ah, okay, wie Sie wollen, das ist natürlich komplett Ihre Entscheidung, aber Sie haben niemals probiert, bis jetzt, Onlineprofite zu generieren? Ja, Sie klingen ja nicht, Sie haben keine Erfahrung bis jetzt gemacht. Herr Steinfeger, ich habe Ihnen zweimal diese gleiche Frage gemacht. Haben Sie schon probiert, Onlineprofite zu generieren, oder Sie haben keine Erfahrung bis jetzt? Ja, ich habe Ihnen ja schon zweimal mitgeteilt, was meine Antwort dazu ist, oder nicht? Ah, was, 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 was eine Erfahrung haben Sie gemacht mit Finanzmarkt? Haben Sie schon Geld profitiert? Ja, das geht Sie doch nicht an. Ja, natürlich, ich muss wissen, mit wem habe ich zu tun. Ich muss ein paar Informationen bei Ihnen zu nehmen. Ja, Sie werden es dann erst mal, wenn Sie mir erst mal erzählen, mit wem ich zu tun habe, weil ich weiß ja nicht mal, von welcher Firma Sie kommen. Ja, von Faden Akademie. Wir sind schon Geschäftspartner mit A-Investing.eu. A-Investing ist schon lizenziert und reguliert in 14 verschiedenen Ländern, überall Europa. Und wir sind auch lizenziert unter Bafin. Wenn Sie werden zu schauen, mit wem haben Sie zu tun, gehen Sie bei die Plattform, dass wir Geschäftspartner sind. Schreiben Sie A-Investing.eu und schauen Sie mit den Augen, was eine Firma wir sind. Eine Tradingfirma, so wie es aussieht. Ja, A-Investing. Schreiben Sie bei Ihrem Computer A-Investing.eu. Ja, das sagten Sie ja bereits. Wie bitte? Das sagten Sie ja bereits. Ja, ich habe Ihnen gesagt, können Sie jetzt bei Ihrem Computer gehen, schreiben Sie A-Investing.eu, weil Sie haben mir gefragt, was eine Firma wir sind. Und ich habe die Antworten Ihnen gegeben. Jetzt kommen Sie und suchen Sie, was eine Firma wir sind. A-Investing.eu. Sie sind bei Google jetzt, ja? Wozu? Also ich denke mal, man kann es wieder ganz gut raushören, was wir hier für eine nette Betrügerin am Telefon haben. Die versucht einfach auf billigster und primitivster Art und Weise irgendwie an euer Geld zu kommen, ja ohne dafür eine wirkliche Gegenleistung zu liefern. Ich meine, was macht die hier? Die erzählt eigentlich nur wirres Zeug, irgendwas vom Amazonas, dabei meint sie eigentlich Amazon, verjaht das Ganze, wenn man dann irgendeinen Blödsinn dazu sagt. Also das spricht schon wieder Bände, dass die nette Betrügerin hier am Telefon kein Wort vernünftiges Deutsch versteht. Tja, aber so funktioniert der Betrug. Und das Schlimme ist, wenn man hier nicht aufpasst und sein Geld einzahlt, dann passiert nur eins. Die Kohle, die ihr da reinversenkt, die ist für immer weg und hoffnungslos verloren. In den seltensten Fällen kann man hier irgendwo an sein Geld nochmal rankommen. Ja, okay. Sie benutzen einen Computer. Also Ihre Fragen machen irgendwie halt gar keinen Sinn. Besonders seriös klingen sie auf jeden Fall nicht. Oh mein Gott. Alsteinfeger, ich kann Ihnen sehr, aber sehr nicht verstehen. Sie sind sehr langsam. Ich frage, ich frage, ich frage Ihnen etwas. Sie sind sehr langsam. Sie antworten vielleicht, Sie denken, einhundertmal, dann hat sie antworten, aber mir gefällt das. Okay. Herr Steinfeger, gehen Sie bei Ihrem Computer. Bestimmt, Sie haben Ihrem Computer. Ich glaube, der jetzt so ein bisschen langsam ist. Sie wiederholen zehnmal Ihre komische Domäne und ich bin jetzt schon nach dem ersten Mal drauf. Wie, Sie verstehen mir nicht? Weil es ein Fähiger eigentlich langsam ist. Okay, okay. Ja, jetzt, ich werde es mir langsam verbeten. Ich sage Ihnen, gehen Sie bei Ihrem Computer, schreiben Sie an investing.eu. Sie wiederholen sich gerne, oder? Oder ich bestabiere für Sie. Dann tun Sie auch nicht so gerne. Kann das sein? Oder funktioniert das mit dem Denken nicht? Ja, ich denke sehr viel. Ich denke aber mit sich kann ich denken. Das heißt mit Ihnen, nicht mit Sie. Ja, mit Ihnen, ja. Herr Steinfeger, ich würde gerne Ihnen natürlich mit unseren Finanzen Experten zu verbinden. Sie erklären Ihnen Schritt für Schritt, was eine Firma wir sind. Aber ich habe nicht, Sie fragen, ich habe nicht keine Antworten genommen. Ich habe Ihnen gesagt, haben Sie schon Investitionen gemacht bis jetzt? Haben Sie schon Erfahrungen gemacht mit Finanzmarkt? Kommt da jetzt auch noch irgendwas Sinnvolles? Oder wiederholen Sie eigentlich immer wieder die gleiche Frage und immer wieder Ihre Domänen? Was ist eigentlich Ihr Ziel? Ja, natürlich, ich würde das wissen, haben Sie das schon gemacht oder nicht? Was? Haben Sie schon probiert, Online-Profite zu generieren mit Forex, mit Bitcoin, mit Aktien? Ich muss wissen, wissen Sie das, wie funktioniert Finanzmarkt oder nicht? Weil viele Leute haben schlechte Erfahrungen gemacht mit Finanzmarkt, mit bedrücklicher Firma. Deswegen, ich würde wissen, haben Sie mit dieser Firma zu tun, ja. Ja, genau. Mit unserer Firma als Bund. Das kann nicht sein, Herr Steinfeger. Deswegen, ich sage Ihnen, Sie können alles mit Ihren Augen zuschauen. Und wissen Sie das, das, was Sie haben gesagt, ist nicht erlaubt, okay? Was ist nicht erlaubt? Denn Sie haben mir gesagt, als Ihre Firma, das ist nicht erlaubt, was haben Sie gesagt, okay? Sie haben keine Rechte, das zu sagen. Wozu habe ich keine Rechte? Ja, Sie haben Rechte. Wer hat das gesagt? Sie haben doch gerade gesagt, ich habe keine Rechte. Ja, Sie haben keine Rechte, das zu sagen. Ja, was denn? Ja, was denn? Wieso sagen Sie das? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Aber haben Sie, bevor wir mit unserer Firma gearbeitet haben, nicht? Sie wissen, was machen wir? Ich wüsste jetzt nicht, worauf Sie hinaus wollen. Irgendwie ergibt das alles keinen Sinn, was Sie da so von sich geben. Ja, wie gesagt, Sie brauchen mich ja nicht Gott nennen. Das Herr Steinfeger reicht völlig aus. Also man muss sich ja hier wirklich jedes Mal aufs Neue vor's Auge halten, dass letztendlich die Betrüger hier, die wollen dann euer Geld. Und das Ganze, das funktioniert so unterirdisch und es zahlen hier Menschen ihr Geld ein. Ja, ob jetzt unbedingt bei ihr jemand Geld einzahlt, das wissen wir so nicht. Aber es scheint ja zu funktionieren, denn die nette Dame hier hatten wir auch nicht das erste Mal am Telefon. Und das Gespräch hier ist schon eine Weile her und ich kann mich erinnern, dass ich die auf jeden Fall vor kurzem wieder dran hatte. Tja, also wird sie mit ihrer Art und Weise wohl irgendwie ja auch zurechtkommen und leider Geld verdienen. Und das Schlimme ist, wer hier sein Geld einzahlt, der bekommt das einfach nicht mehr raus. Das Ganze ist eine Einbahnstraße. Man überweist das Geld, kann aber nie wieder irgendeine Auszahlung tätigen. Tja, das Schlimme und das Tragische an der ganzen Geschichte ist, dass das hier tatsächlich funktioniert, so wie sie mit uns redet. Tja, und so redet sie auch mit den Kunden. Da fragt man sich natürlich, woran liegt das, dass hier Menschen ihr Geld einzahlen? Tja, also zum größten Teil kann es eigentlich nur noch anfällender Aufklärung fehlen. Denn, weiß ich nicht. Also ich verstehe es nicht, wie man hier bei solchen Leuten, die wirklich so sich artikulieren und sich von der Bank ausgeben, dass da jemand sein Geld reinsteigt. Einfach nur ganz, ganz schlimm. Okay, okay, ich habe keinen Kopf, ich habe keinen Kopf mit Ihnen zu reden. Das merke ich, dass Sie keinen Kopf haben. Ja, das... Da ist ganz schön wenig drin. Ja, okay, Herr Scham. Können wir bei unserem Thema... Das heißt, Herr Steinfeger, nicht Herr Schorn. ...zum reden, ja? Wie alt sind Sie, Herr Steinfeger? Weil ich denke, dass Sie 18 Jahre alt sind. Ist ja nett. Okay, und wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? Ja, dürfen Sie nicht fragen. Wieso denn? Weil ich das nicht am Telefon beantworte. Ah, Sie sind 18 Jahre alt. Ich merke das. Sie sind sehr jung. Dankeschön. Dankeschön, das ist nicht ein Kompliment. Aber Sie sind 18 Jahre alt. Ich finde, das ist ein Kompliment. Ja, natürlich ist ein bisschen, wenn Sie mehr alt sind. Herr Steinfeger, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Nein, Herr Steinfeger, nicht Herr Schorn. Okay, Herr Steinfeger, wieso sagen Sie mir das? Ich weiß das schon. Ich habe mit Ihnen 10 Minuten gesprochen. Und ich darf Ihnen, Herr Steinfeger, rufen. Okay? Ja, okay, Sie sind als eine Lehrerin. Ich würde nicht mit einer Lehrerin, ich würde nicht eine Lehrerin zu haben. Okay? Ja, das glaube ich, dass du noch keine Ausbildung hattest, richtig. Ja, ich habe das gemacht, weil ich lebe nur seit drei Jahren in Deutschland. Es ist mir schwierig, eine fremde Sprache zu lernen. Okay? Ist nicht die gleiche, wenn Sie haben in Deutschland geboren. Also, ich bezweifle das ja ganz stark, dass diese nette Tante hier in Deutschland wohnt. Das kann natürlich sein. Also, auszuschließen ist es nicht, dass Sie uns direkt aus Deutschland bescheißen. Technisch kann man sich ja heute so verschleiern, dass man trotzdem nicht unbedingt gefunden wird. Zumindest nicht ziemlich schnell. Meistens spricht aber dagegen, dass Callcenter im Ausland hochgenommen werden. Tja, und dementsprechend glaube ich nicht, dass sie sich überhaupt in Deutschland befindet, sondern einfach nur das Deutsch von dem Zettel aus da gelernt hat. Tja, und der Rest entsteht halt so im Gespräch. Ich meine, wenn man in irgendeiner neuen Umgebung ist, selbst wenn man nur in Deutschland umzieht, man nimmt ja doch relativ schnell den Akzent an, der in der Gegend gesprochen wird. Und ja, so ist es hier auch. Also, letztendlich lesen die nur ab und helfen sich wahrscheinlich untereinander. Man hört es ja, dass man auch ziemlich oft am Telefon einfach hin und her und weitergereicht wird. Ja, dass das funktioniert, ich finde es immer wieder nur erschreckend und kann es gar nicht oft genug wiederholen. Lass die Finger von sowas. Okay, Herr Schorn, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Das heißt, Herr Steinfeger, nicht Herr Schorn? Ja, ja, ich rufe Ihnen wie ich will. Nee, eigentlich nicht. Das verbitte ich Ihnen. Das ist ganz schön unfreundlich. Und Sie wollen sich als veriös verkaufen? Da kann, Sie können ja nichts anderes als eine Betrügerin sein. Wir können, äh, wir können Freunde zu sein. Wieso nicht? Nee. Sie werden nicht mit mir Freunde zu sein? Sie werden nicht mit mir Freunde zu sein? Ja, ich will nicht mit Betrügern befreundet sein. Ich bin ein Betrüger. Wie hat das gesagt? Ja, so wie Sie sich benehmen. Das passt auf jeden Fall auf die ganzen Abglocker. Aha, ja, 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 das stimmt. Ja, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Okay, danke schön. Herr Steinfeger, das wünsche ich Ihnen nicht. Tschüss. Ja, und dann hat die Betrügerin aus unserem ersten Telefonat aufgelegt. Tja, hier hat sie dann begriffen, dass er bei uns nichts mehr verkaufen wird. Aber mal im Ernst. Ich meine, mit dieser Art und Weise kann man doch nicht ernsthaft verlangen, dass irgendjemand sein Geld dort einzahlt. Das Problem ist, doch, das tun die, weil die damit Erfolg haben. Genau das ist das Schlimme an der Geschichte. Dass man mit so einem gestammelten Deutsch und weiß ich nicht, was das überhaupt werden sollte, also Informationen gegeben, was sie von Anfang an tun wollte, hat sie ja nicht. Das ganze Gespräch war einfach nur überflüssig. Gebracht hat's nichts. Wenn ich auf das reagiert habe, was sie gesagt hat, dann hat sie gekonnt, ignoriert und einfach weiter ihre Domain druckstabiert. Tja, so ist es halt, ne? Aber es scheint ja zu funktionieren. Man muss dann wohl einfach nur wieder da einsteigen, wo sie gerade selber in ihrem Skript ist. Ich weiß es nicht. Sobald die geistig diesen Punkt auf ihrem Skript nicht abgehakt haben, wiederholen die den einfach so oft, bis der Kunde halt wahrscheinlich einfach nur das tut, was die sagen. Ich gehe mal davon aus, dass hier die Masche funktioniert. Einfach so lange dranbleiben und den Kunden zulabern, bis er schon genau das tut, was die von einem wollen. Ein anderes Konzept kann das ja wohl nicht sein. Naja, machen wir mal weiter mit dem zweiten Telefonat. Viel besser wird das auch nicht. Wunderschöner guten Tag. Groß Gott, Herr Steiner, Nina, groß ist her. Wie geht es Ihnen? Alles gut? Das freut mich wunderbar. Also, ich melde mich bezüglich wegen Ihrer Verdächtigen ein paar Transaktionen, was die Finanzmarketer nicht haben, ja? Oh nein. Bitte? Oh nein. Was meinen Sie? Aha. Also haben wir hier wieder einen Anruf von der zweiten Instanz. Also, wenn man theoretisch schon Geld eingezahlt hat bei einer Betrugsfirma. Die Datensätze werden ja ständig und kontinuierlich weiterverkauft. Das heißt, die rufen hier tatsächlich auch für ganz, ganz alte Charaktere noch an, die ich schon lange, lange nicht mehr eingetragen habe. Tja. Und irgendwann, wenn, ja, die meisten Firmen schon einmal durchtelefoniert haben, fangen sie einfach irgendwann nochmal von vorne an. Mit der nächsten Masche. Und zwar die Masche, dass man hier angeblich schon mal Geld eingezahlt hat und jetzt verdächtige Aktivitäten auf dem Konto stattfinden. Tja. Um die zu lösen, muss man natürlich ganz unverdächtig nochmal 250 Euro einzahlen, um das Geld wieder zu aktivieren. Naja, hört selbst. Was ist denn da verdächtig? Ach so, Herr Steiner, Sie haben mit illegalen Firmen zusammengerandelt leider. Das klingt ja schlimm. Bitte? Was meinen Sie? Das klingt ja schlimm. Ja, also machen Sie jetzt Witz oder, also, Herr Steiner, ich melde mich von FCI, Finanzhaussichtsbekorde, ja? Ich möchte Ihnen dabei helfen, Ihre verlorene Kriptos zu erstellen und können Sie dann in Euros umtauschen. Dann bekommen Sie auch echte Geld, okay? Ja. Aber, ja, und Sie werden nach dem Gespräch offizielle E-Mail-Bestätigung von unserer Rechtsabteilung bekommen, ja? Aber bevor wir fortfahren, bevor Sie die offizielle E-Mail bekommen, ich habe ein paar Fragen bei Ihnen, das macht Ihnen Sinn, ja? Also, Herr Steiner, wir haben ein paar Transaktionen unter Ihrem Namen gefunden, ja? Und ich möchte ganz genau von Ihnen wissen, wie viel Geld Sie eingezahlt haben. Vielleicht erinnern Sie das, ja? Wo haben Sie, also Sie haben vielleicht Kontoausdruck oder auf dem Computer gespeichert, wie viel Geld Sie eingezahlt haben, oder? Also, hier braucht man eigentlich nur wieder mit Logik an die ganze Geschichte rangehen. Sie erzählt mir, dass irgendwelche verdächtigen Aktivitäten auf meinem, ja, Handelskonto stattfinden. Naja, aber warum weiß sie dann jetzt nicht den Betrag, der sich auf meinem Konto befindet? Und wozu muss ich ihr den nennen? Nun, stellt euch einmal vor, eure nette Bankdame ruft euch an und fragt euch, wie viel Geld ihr auf dem Konto habt. Macht Sinn, ne? Also, es ist total logisch. Also, weiß ich nicht, wie das funktionieren soll. Dass hier Menschen antworten, ist einfach nur traurig. Eigentlich sollte der Betrug hier ganz offensichtlich sein. Niemand wird euch anrufen von der Bank und sagen, ja, wie viel Geld hast du denn auf deinem Konto? Mal davon abgesehen, dass eure nette Bankberaterin tatsächlich sogar sehen kann, wie viel Geld ihr wirklich auf eurem Konto habt. Also, es ist tatsächlich so. Ihr ruft bei eurer Sparkasse beispielsweise an oder bei eurer Volksbank und habt da einen Berater und redet mit dem über euer Konto. Und der lockt sich dann in eurem Kundenkonto ein. Der sieht natürlich auch, wenn er will, wie viel Geld ihr darauf habt. Das ist auch wahrscheinlich soweit in Ordnung alles. Ich kenne mich mit Bankgeschäften in dem Sinne nicht aus, wie es da wirklich ablaufen muss. Aber dadurch, dass es ja euer Berater ist und er bei der Filiale arbeitet, hat er natürlich auch Zugriff auf euer Konto und kann alles einsehen. Ja, aber diese Fragen hier, das zeigt einfach nur, dass es nicht seriös sein kann. Ja, das habe ich noch im Kopf. Bitte? Das habe ich noch im Kopf. Ach so, das ist ja gut. Aber vielleicht haben Sie auch etwas zu beweisen, ja? Also, ich meine, Dokumente. Als Dokumente brauchen wir auch schriftlich zu bekommen. Natürlich, Sie haben im Kopf, das freut mich. Aber wir brauchen auch Dokumente zu bekommen von Ihnen, ja? Verstehen Sie? Ja. Und also, Ihnen, sagen Sie mir zuerst, bevor Sie Dokumente uns geschickt haben, wie viel Geld Sie eingezahlt haben. Bei mir zeigt über 4.000. Aber es kann sein, diese 4.000 ist mit Gewinne zusammen. Oder haben Sie 4.000 Euro eingezahlt? Nee, 7.893,27. Also, ich notiere das, meine Systeme, über 7.000, ja? Ungefähr haben Sie eingezahlt. Und ist das dieses Jahr oder letztes Jahr passiert? Das ist alles dieses und letztes und vorletztes und vorvorletztes und das Jahr davor und das Jahr davor passiert. Also, letzte drei Jahre, ja? Haben Sie 7.000 Euro eingezahlt? Nee, 5. Okay, ich verstehe. Und Zahlungsnachweis haben Sie nicht? Doch. Ja, okay. Und womit haben Sie Geld eingezahlt? Mit Kreditkarte oder mit Online-Banking? Nee, das hatte ich mit meinem Zauberstab gemacht. Entschuldigung, womit haben Sie gesagt? Mit meinem Zauberstab. Womit bitte, Entschuldigung? Können Sie eindeutig sagen? Ja, mit meinem Zauberstab. Entschuldigung, ich habe das nicht verstanden. Warum nicht? Können Sie anderes Wort sagen? Also, Zahlungsmöglichkeiten. Also, Zahlungsmöglichkeiten. Ja, so verarbeiten lassen möchte ich nicht. Wirklich höchst interessant. Die Zahlen, Daten und Statistiken sagen einfach hier was Gruseliges aus, dass das leider funktioniert. Warum das so ist, ich kann es euch leider wirklich nicht sagen. Es ist einfach nur erschütternd, dass die Leute hier ihr Geld einzahlen. Ich kann immer nur wieder ganz, ganz eindringlich davor warnen, Finger weg, wenn so jemand anruft, dass ihr da überhaupt mit denen kommuniziert. Der beste Weg ist einfach auflegen. Gar nicht erst mit denen sich unterhalten. Vielleicht, wenn ihr euch am Anfang nicht sicher seid, was ist das für ein Gespräch, erstmal fragen und hören und was habe ich damit zu tun. Aber sobald die da anfangen, sich irgendwas zurecht zu stammeln, legt einfach auf. Denn grundsätzlich, wenn die Leitung überhaupt erstmal schon zustande gekommen ist, notieren die sich das. Und dass ihr unter dem Anschluss erreichbar seid. Und das bedeutet dann ohnehin schon, dass das nicht der letzte Anruf gewesen sein wird auf eurer Leitung. Ist ziemlich unwahrscheinlich. Wenn die einmal anrufen, dann passiert das noch ziemlich öfters auf eurer Leitung. Von daher muss man wirklich aufpassen, was man mit seinen Daten macht. Es reicht schon, wenn man seine Daten einfach irgendwo heute falsch angegeben hat. Da reicht tatsächlich leider sogar Facebook. Wenn irgendwo ein Datenleck war, irgendjemand hat sich Daten beschafft, die werden weiterverkauft und schon kommen solche Gespräche zustande. Ob man das will oder nicht. Und so richtig schützen kann man sich vor solche Telefonate eigentlich überhaupt nicht. Vom Prinzip her nur, indem man auflegt. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr euch so verhaltet, wenn ihr solche netten Leute am Telefon habt. Okay, also hier Steiner, wir müssen auch ihre E-Mail-Adresse überprüfen. Bei mir steht Gerold.Steiner, also in der Vorname, Nachname. Dann kommt Add, md2xc, mdcc, fan.de. Ist das korrekt oder ist das ungünstig? Ja. Also nach dem Add, weil solche E-Mail habe ich noch nicht gesehen. Also nach dem Add kommt md2xc, fan.de oder kommt anderes Wort? De. Nein, Herr Steiner, also nach dem Add kommt der, also bei mir steht, ich buchstabiere, nach dem Add bei mir steht, md2xc, md2xc, md2xc.de. habe ich es noch nicht gesehen. Ja, ist korrekt. Ist das Ihre E-Mail-Adresse? Ist das korrekt? Okay, okay. Dann also, Sie würden E-Mail bekommen von fca.prorefunding.org, ja? Und bei mir steht, Sie haben bei der Firma Glofix gehandelt. Haben Sie nur mit dieser Firma oder auch mit mehreren Firmen haben Sie gearbeitet? Nee, ich weiß noch damals sogar, bei wem ich eingezahlt habe. Das war die Gabi Winter. Ja, bitte? Das war die Gabi Winter, wo ich eingezahlt habe. Nein, nein, ich meine Firmanname. Gabi Winter ist eine Person. Firmanname, erinnern Sie das? Nein, ich erinnere mich nur an die Gabi Winter. Ja, aber Gabi Winter ist der Name von einer Person. Ich meine Firmanname. Erinnern Sie Firmanname, wo Sie Geld eingezahlt haben, Gesteiner? Nee. Nein. Okay, aber Sie können uns zahlungsnachweis schicken. Haben Sie etwas zum Schriftlicht? Ja, ich habe mir immer alles von der Gabi Winter zuschicken lassen. Ja, und den Namen Gabi Winter, den wiederhole ich hier so oft, weil ich ganz, ganz stark vermute, dass ich diese nette Betrügerin hier am Telefon wohl kenne. Vermutlich. Also es ist halt nur so eine Vermutung. Hier rufen ja nun tatsächlich so viele Betrüger an, dass man das kaum noch auseinanderhalten kann. Ich glaube, die nette Tante, die wir hier an der Leitung haben, die hieß mal Gabi Winter. Ich habe schon das öfteren Mal den Namen Gabi Winter hier nachgefragt am Telefon. Und ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass sie das hier ist von der Stimme her. Denn die Gabi Winter hat sich ziemlich genau so angehört. Tja, aber die Reaktion von ihr ist wie, ja, typisch, ne? Also man kann es sich nicht anders vorstellen. Die ignorieren es einfach und machen weiter in ihrem Programm. Tja, so ist es halt bei den Betrügern. Sie weiß vielleicht sogar selbst, dass sie mal Gabi Winter hieß, wenn sie sich das noch gemerkt hat. Ja, sie lässt es aber total kalt. Warum? Ja, warum wissen wir. Weil sie letztendlich einfach nur in unsere Kohle will. Und selbst wenn sie jetzt weiß, dass sie diejenige war, die mich eventuell hier mal beschissen hat, kann ja tatsächlich sein. Ist ja nicht unrealistisch. Ja. Das interessiert die gar nicht. Die macht einfach weiter in ihrem Skript, obwohl sie jetzt höchstwahrscheinlich mit dem Gedanken spielt, ja, dann habe ich den mal beschissen. Ja, und nun macht es gleich noch ein zweites Mal. Also Entschuldigung, dass ich das sage, Herr Stein, aber Gabi Winter ist ein Bestroger. Ja, sie wissen das auch. Deshalb haben sie ihre Geld nicht mehr gesehen. Sie haben mit illegalen Firmen zusammengearbeitet, ja. Und sie sind mit Werthugs-Plattformen hereingefallen. Deshalb haben sie ihre Investitionen und ihre Geld gefunden. Herr Steiner, also seien Sie ehrlich bitte mit mir. Machen Sie jetzt bitte, oder sprechen Sie seriös mit so einer Stimme. Und ihre Stimme, ihre Stimme gefällt mir nicht. Ihre Stimmung gefällt mir nicht. Sprechen Sie seriös mit mir, weiß ich nicht. Sprechen Sie seriös mit mir, oder machen Sie witz? Wieso? Weiß ich nicht. Wollen Sie mich verarschen? Nein, natürlich nicht. Das Geld gar nicht weg? Einen Moment, Herr Steiner. Ja, meine Arbeit. Einen Moment. Einen Moment. Ich verstehe. Ich verstehe, dass viele negative Erfahrungen gerammelt haben. Aber warum denken Sie, dass alle Frauen versuchen, sich zu verarschen? Warum? Warum denken Sie das? Sie reden doch die ganze Zeit von Witze. Also verarschen Sie doch mich gerade die ganze Zeit. Ja, und dann hat unser Intelligenzklumpen einfach aufgelegt und das Gespräch beendet. Tja, warum können wir uns alle denken? Jetzt haben wir sie überfordert. Eigentlich hat sie sich hier nur selbst ins Aus geschossen, weil sie hat ihr die ganze Zeit von Betrug geredet. Und jetzt sagt sie mir die ganze Zeit, das ist ein Witz und weiß ich nicht. Eigentlich bin ich der Meinung, habe ich genauso reagiert, wie man eigentlich reagieren sollte. Oh, mein Geld ist weg. Was ist denn da los? So habe ich mir jetzt doch vorgestellt, dass man so reagieren soll. Tja, hat wohl dazu geführt, dass wir aufgefallen sind. Hm. Wahrscheinlich, weil sie eher gewohnt ist, dass er angeschrien wird am Telefon und die Leute dann erst wieder runterholen muss. Denn da, wo die anrufen, da werden die Leute so richtig schön belästigt. Ja, oder was heißt schön, ne? Ich meine, ich weiß ja, wie oft das Telefon hier klingelt. 40 Mal ist ja am Tag überhaupt nichts. Einfach nur absolute Katastrophe, wenn man sich überlegt, dass das funktioniert. Tja, aber hier hat sie sich jetzt ihr Geschäft zum Schluss dann doch selbst kaputt gemacht. Und den Betrug selbst abgebrochen. Tja, ein Gutes hat es auf jeden Fall. Die ganzen netten Betrüger, die haben mittlerweile schon richtig Angst vor uns. Denn hinter jedem Telefonat, ja, vermuten die schon jemanden so wie mich. Tja, der die Gespräche da einfach nur sprengt. Tja, so ist es halt. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wer mag, kann auch gerne mal auf TikTok vorbeischauen. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung und auch direkt im Kanalprofil von Callcenter Abzocke. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.